Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stellaris mit mir, mit dem Chasen. Ja, ich hoffe, wir haben in der letzten Folge hier endlich dieses System eingenommen, haben gleich natürlich darauf einen Außenbosten gebaut, jetzt können wir hier und hier schön brav was machen, Sirius haben wir sogar einen Planeten, den wir besiedeln können, das werden wir natürlich gleich machen, um unseren Einfluss zu vergrößern. So, in Alpha Centauri habe ich hier Offscreen begonnen zu löschen, ja, und ich würde sagen, wir gehen raus aus der Pause, lassen dieses Feld löschen, so, und dann werden wir hier gleich Mineralien und Energiecredits, na schön, Energiecredits wären interessant, würde ich sagen. Gefährlich. So, dann würde ich sagen, wir bauen hier... Was? Leute! Ja, ich will sie als ebenbürtig darstellen, aber ich kann es noch nicht, ich kann es noch nicht. Warum nicht? Okay, das ist jetzt doof, das ist jetzt wirklich doof. So, also ein bewohnt blauer Planet, blblblblblblblblblblbl. Gut, dann würde ich sagen, was ist fertig, was ist fertig? Nein! Was auch immer fertig ist, ich weiß es nicht. Ja, das Kraftwerk können wir noch nicht verbessern, aber hier könnten wir ein Kraftwerk bauen. Wächst noch, wächst noch, wächst noch, wächst noch. Okay, diese Spezies ist ein Horror, die wächst extrem schnell. Das heißt für mich, ich kann hier die wilden Tiere dann später entfernen, glaube ich. nicht. Das erforschen wir ja gerade. Nein! Nein! Das erforschen wir nicht! Okay, Konstruktionsschiff. Bau, eine Bergbaustation. So, wie sieht es hier mit den Systemen aus? Ja, genau. So. So. Nein. Ja. Flieg mal hier rein. Genau. Der liegt noch in unserem Einflussbereich. So. Schauen wir mal, was sich hier tut. Oh! Okay. Den sollten wir dann unbedingt, so, Forschungsschiff, Forschungsschiff, System erkunden. Auch eine Bergbaustation. Je mehr Bergbaustationen, umso besser. So. Schauen wir mal. Achso, die hätten wir sogar gehabt. Hihi. Ups. Dann könnten wir die kübeln. Jetzt haben wir Deep Space. So. So. Hätten wir die aufgewertet. So. Haben wir nicht irgendwo ein Konstruktionsschiff? So. So. Das können wir immer noch nicht bauen. Gut. Verbessern wir den Raumhafen. Warum wachst du hier? Warum wachst du hier? Hier hätte ich was bauen können. Wisst ihr? Wachst du hier? Ja. Ja. Das stimmt. Bei Außenposten wäre hier wahrscheinlich interessanter. Ok. Ach ja, die kann ich derzeit nicht bauen. Was? So. Wo sind die Krölll? Vielversprechende Entente. Diplomatie. Ebenbürtig, neutral, schön. Oh, ho, 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 ho. Okay, schön. Wir dürfen nicht zum Bündnis dazu. Irgendwie bin ich ganz traurig. Okay, warum nicht? Okay. Fünf Bewohner. Okay. Ach ja. So. Okay, hier haben wir ja nichts. Wie sieht es hier aus? Ich mache eine Bergbaustation. Die ist jetzt nicht so teuer. Und mit der kann ich derzeit noch leben. So. Gut. Gut, 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 gut. Hm. So, hier haben wir noch ein Konstruktionsschiff. Hm. 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 So, wie sieht es mit der Forschung aus? Oh mein Gott, schneller, schneller. Okay, die unterstützen wir. Okay, 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 fehlt noch ein bisschen was, da fehlt noch ein bisschen was. Hier gibt es ja nicht viel, das ist erbaut, das müssen wir noch erkunden. Schön. Also die Planeten, die wir hier haben, sind wirklich, ja, Kacke. Oder die Planetensysteme, ja, eigentlich muss ich schon sagen. So, das löschen wir, das löschen wir, das löschen wir auch, dann kann hier die Bevölkerung wachsen, dann ist der Planet voll, 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 voll. Schön, dass unser Wissenschaftler mal wieder aufgestiegen ist. Nein! Oh, der ist wie, 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 verfügbar. Warum? So, ich bin ja friedlich. So, kann ich euch verbessern? Nein! Aber die Flotte kann repariert werden. Dann würde ich sagen, wir schicken sie mal retour, wo sie hingehört. Auf unseren Hauptplaneten. Was ist hier unbekannt? Ah, dieses System ist das. Oh mein Gott! Okay. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So, den könnten wir besiedeln und, ja, ich will endlich mein Kolonieschiff, endlich, ich will es, jetzt! So, lassen wir die zweite Flotte reparieren. So. 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 Schön! Okay, passt. Jetzt bin ich überfordert. Okay, die ist repariert. Was ist da jetzt? Bau abgeschlossen. Sehr gut. Haben wir wieder mehr Energie. Na komm, 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 komm! 3,36. 3,60. Kolonieschiff. Ah. Das brauche ich jetzt. So. Wie sieht's jetzt aus? Kann ich mein... Die Corvette verbessern? Die Corvette... Speichern. Ja. Kann ich die alle verbessern? Oh! Okay, kriegst du. So. So. Forschung. Oh! Wir brauchen einen Wissenschaftler, würde ich sagen. Aber... Moment, zurück. 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 Physik. Okay. Physik. 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 Nehmen wir den. Oh mein Gott, die Kelle. Die Kelle wird uns auch bald sterben. Stirb bitte nicht. Was ist jetzt? Gut. Wir brauchen... Sirus. Sirus. Wir brauchen Energie. Interessant. Wihahaha. Oder? Wihahaha. Wihahaha. Ich bring euch Grüße. Wir sind eine friedfertige Nation. Gleicht. Er ist halt auch Pferdis. So. Das ist ja schön! Schöööön! Gravuzi, kapuzi! Ähm... Okay, wir können ja keine Außenposten bauen. Okay, passt. Okay, jetzt haben wir gleich ein Minus, weil alle Schiffe upgradet sind. So... Schicken wir auch mal hier her. Bortu Gonzales! Jaaa! So, unsere Flotte ist hier mal. So, dann würde ich sagen... Oh, wo ist unser Forschungsschiff? Ja, jetzt ist ja klar, dass er jetzt speichert. Was bist... Ach so, die tun uns nichts, die tun uns nichts, die tun uns nichts. Systeme erkunden. So... Dann würde ich sagen... Du bleib derweil hier... Und... Warte! Oh! Wir brauchen Forschung! Plasma-Triebwerk... Anti-Materie-Rakete, schön! Incoming Transmission! Okay... Wir stimmen euch zu. Was wollt ihr? Okay... Schöööön! Jetzt haben wir eine Kolonie! Jetzt haben wir eine Kolonie! Die... Das ist ja gut, dass wir wieder eine haben. Aber wir können woanders auch noch eine bauen. Und... Bauen... T-Spit... T-Spit... T-Spit.... T-Spit... 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 Auf Alpha-Zentauri können wir noch eine bauen. Bauen... Und wie sieht es aus hier? Cool, Physikforschung... So, dann würde ich sagen, ja wir brauchen hier unbedingt einen Außenposten, was ist mit dir. Okay, wir brauchen hier einen Außenposten, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Wir brauchen mehr Einfluss. So, wie sieht es mit der Erde aus? Oh, die wachsen und wachsen und wachsen und geht da hin. So. 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 Besiedeln wir. Den würde ich sagen. So, wo sind unsere? So. Wo ist unsere Flotte? Wo ist unsere Flotte? Wo ist unsere Flotte? Die sind Lessing, glaube ich. Oder? Ja. Was? Okay. So, das hatten wir ja schon. Wer ist schon wieder gestorben? Governor. Der Governor ist gestorben. Unterlebt ihr eh noch. So. So. Ja. Oh. Ich war jetzt so tief im Spiel drinnen. Boah. Gehen wir mal auf die Pause. Ich war jetzt so tief im Spiel drinnen. Oh. Ja. Ich spiele schon ein bisschen zu lange, sehe ich gerade. 25 Minuten. Boah. Das ist ein langes Video heute. Hm. Ja. Dafür hat es heute einiges gegeben. So. Sirus. Cool. Die Flotte hat den Astroiden vernichtet. So. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es wieder heißt. Let's play Stellaris. Bis dahin. Ciao. Euer Cheesen. Bye.